Fitness mit Marc Folge 122 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Im Fitnessstudio zerstört er aus Versehen mal einen Spiegel mit der Langhantel. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de In der heutigen Folge geht es um das Thema Ernährung. Wir steigen in das Geheimnis der 80-20 Ernährung ein und du erfährst, wie du mit Minimaleinsatz optimale Ergebnisse erzielst. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathonfitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf www.dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist www.dranbleiber.com Wie erzielst du mit Minimaleinsatz optimale Ergebnisse in deiner Ernährung? In der letzten Folge haben wir über das Pareto-Prinzip gesprochen, die 80-20-Regel. Und du stellst dir vielleicht die Frage, dass du sagst, wie kann ich effektiv Fett verbrennen? Wie kann ich schnell Muskeln aufbauen? Wie kann ich definierter werden? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann bist du hier genau richtig. Ein Gedankenmodell, das dir dabei hilft, deine Fortschritte dieses Jahr zu verdoppeln, hast du bereits kennengelernt. Das ist die 80-20-Regel. Und die lautet folgendermaßen. Du fokussierst dich auf die 20% der Tätigkeiten, die 80% deines Erfolges ausmachen. Dabei spielen zwei Faktoren eine Rolle. Erstens Prioritäten und zweitens Planung. In der heutigen Episode nehmen wir uns das erste der beiden Elemente vor. Die Prioritäten. Du erfährst, wie du die richtigen Prioritäten setzt, in der Ernährung und beim Training. Zweitens, warum die Suche nach mehr Informationen meist nicht weiterhilft. Und drittens, die Hierarchie der ausgewogenen Ernährung. Du bekommst von mir eine simple 5-Punkt-Methode mit an die Hand. Mein Ziel in der heutigen Folge ist es, dir ein einfaches Hilfsmittel an die Hand zu geben, das dich zuverlässig und sicher durch die Fülle an Informationen navigiert. Und du lernst die 20% kennen, die meiner Erfahrung nach für die meisten Menschen 80% des Erfolges ausmachen. Woher weißt du jetzt, was wirklich wichtig ist? Woher lernst du diese 20% kennen? Nun, vielleicht hast du auch schon zugeschlagen und mein neues Buch Looking Good Naked gekauft. Das ist schon mal ein guter Ansatz, um dich auf die 20%, die 80% Erfolg bringen einzuschießen. Und wenn du Google vielleicht mal durchsuchst nach effektiv Fett verbrennen, dann bekommst du 76.100 Treffer. Ich habe das mal für diese Folge nachgeguckt. Das heißt, an Wissen mangelt es offenbar nicht. Ist damit das Problem gelöst? Eher nicht. Oder willst du alle 76.100 Treffer durchlesen, um dann zu entscheiden, was du wirklich umsetzt? Auch wenn wir uns Fitness- und Ernährungsbücher, Radio- oder Fernsehsendungen angucken, dann finden wir dort viele, viele Tipps zu gesunder Ernährung, gerade zum Jahresanfang. Der Psychologe Barry Schwarz bringt es in seinem lesenswerten Bestseller The Paradox of Choice, deutsche Übersetzung hat den Titel Anleitung zur Unzufriedenheit, auf den Punkt. Und er sagt, entscheiden lernen ist schwer. Gut entscheiden zu lernen ist schwerer. Und in einer Welt unendlicher Möglichkeiten, richtig entscheiden zu lernen, ist noch schwerer. Vielleicht sogar zu schwer. Die heutige Folge soll dir dabei helfen, am Esstisch die richtigen Entscheidungen zu treffen und Prioritäten zu setzen, indem du dich auf die fünf wichtigsten Einflussgrößen fokussierst. Und hier möchte ich nochmal auf das Kernelement auch meines neuen Buches eingehen und das Kernelement auch dieses Podcasts, die Mark-Formel. Warum habe ich mir eigentlich so eine Formel überlegt, um dir dabei zu helfen, nackt gut auszusehen? Nun, die Formel, vielleicht hast du es im Buch gesehen, vielleicht hast du es auch bei mir auf der Website gesehen, habe ich in so einer Pyramide dargestellt und die bildet eine Hierarchie ab. Eine Hierarchie ist eine der besten Möglichkeiten, um Prioritäten zu setzen und darum geht es ja hier. Vielleicht kennst du auch die Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow. Das ist eine der bekanntesten Hierarchien überhaupt. Maslow beschäftigte sich mit einer faszinierenden Fragestellung. Er fragte sich, was motiviert den Menschen? Seine Antwort drückte er, nach Prioritäten sortiert, in Form einer Pyramide aus. Die absoluten Grundbedürfnisse wie Nahrungsmittel, Wasser und Schlaf, die bilden das Fundament und den größten Teil der Pyramide. Und demgegenüber sind Anerkennung, Wertschätzung und Selbstverwirklichung weniger entscheidend. Und deswegen findest du diese Elemente weiter oben in der Pyramide und sie machen einen kleineren Part aus. Das heißt wiederum, solange die menschlichen Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, so Maslow, müssen sie zur obersten Priorität werden. Erst wenn die Existenz, die Grundexistenz gesichert ist, dann können wir höhere Bedürfnisse anstreben. Das Konzept von Abraham Maslow ist extrem hilfreich, wenn wir es auf unser Thema übertragen. Nackt gut aussehen. Und wenn wir es übertragen, dann ist ein Ergebnis oder mein Ergebnis die Markformel. Und da haben wir unten das Fundament, das mentale Training, dann an zweiter Stelle weiter oben in der Pyramide, die ausgewogene Ernährung, als drittes richtiges Krafttraining und als viertes Kardiotraining. Das heißt, mentales Training bildet hier die Grundlage. Und konkret formuliere ich es mal so, solange du kein Ziel hast, solange du nicht weißt, wo es hingehen soll, brauchst du dir um Ernährung und um Training überhaupt keine Gedanken zu machen. Falls die Zielsetzung dein Thema wäre, dann solltest du meinen Newsletter abonnieren, dann solltest du vielleicht auch mal ins Buch reinschauen. Ich zeige dir dort Schritt für Schritt, wie du ein Ziel findest, das dich wirklich begeistert. Lass uns dieses Prinzip, das Prinzip der Hierarchie, nun mal nutzen, um einen Schritt weiter ins Detail zu gehen. Wie setzt du in der Ernährung die richtigen Prioritäten, um deinem Ziel möglichst schnell näher zu kommen? Die Hierarchie der ausgewogenen Ernährung. Ich gebe dir jetzt mal fünf Faktoren mit für eine schlanke und starke Figur. Es gibt über 40 lebenswichtige Nährstoffe. Und das sind alles essentielle Bausteine deiner Gesundheit. Das sind Bausteine, die dir Energie geben, die neues Gewebe aufbauen, die Beschädigungen reparieren und eine Vielzahl weiterer Funktionen in deinem Körper übernehmen. Für unsere Zwecke, und wir reden ja hier über Fitness, können wir diese Nährstoffe in fünf Kategorien einteilen. Erstens Energiezufuhr, zweitens essentielle Aminosäuren, also Eiweiße, drittens essentielle Fette, viertens essentielle Mikronährstoffe und fünftens Wasser. Lass uns diese fünf Faktoren, diese fünf Elemente, einmal nacheinander durchgehen. Zum Ersten, die Energiezufuhr. Ohne ausreichende Energiezufuhr, ohne ausreichend Kalorien, bekommt dein Körper die PS nicht auf die Straße. Wenn du effektiv Fett verbrennen willst und wenn du abnehmen willst, dann brauchst du ein Kaloriendefizit. Ohne Kaloriendefizit gibt es keinen Fettabbau. Allerdings kann ein zu großes oder zu lange anhaltendes Defizit deinen täglichen Kalorienbedarf sinken lassen. Außerdem kommt noch was hinzu. Mit zunehmendem Kalorienentzug fällt dir die Versorgung mit den übrigen essentiellen Nährstoffen, die du ja jeden Tag brauchst, immer schwerer. Wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist das Ganze umgekehrt. Dann solltest du einen leichten Kalorienüberschuss anstreben. Der Vorteil im Aufbau ist, dass du mehr Spielraum hast, um mit allen lebenswichtigen Nährstoffen versorgt zu sein. Das Prinzip ist allerdings das gleiche wie beim Abnehmen. Lebensmittel sind Treibstoff, sind Pflegemittel und sind Baustoffe für deinen Körper. Und wenn du die Tanks nicht regelmäßig wieder auffüllst, dann kommst du nicht voran. Wie sieht es bei dir aus? Bekommst du genug Treibstoff, Pflegemittel und Baustoffe? Ich gehe zum zweiten Punkt über. Essentielle Aminosäuren. Eiweiß ist der wohl wichtigste Makronährstoff, wenn du effektiv Fett verbrennen oder Muskeln aufbauen willst. Wenn du dich in einem Kaloriendefizit befindest, dann schützt Eiweiß deine Muskeln vor Abbau und es unterdrückt deinen Appetit. Wenn wir von essentiellen Aminosäuren reden, dann meinen wir damit Bausteine von Eiweißen. Und das sind die Bausteine, die dein Körper nicht selbst herstellen kann. Deswegen musst du sie über deine Ernährung zuführen. Wie sieht es aus? Isst du mit jeder Mahlzeit eiweißhaltige Lebensmittel? Isst du genug Protein für deine Zielsetzung? Bevor ich zum nächsten Punkt übergehe, möchte ich dich nochmal auf die Show Notes hinweisen. Zu jedem dieser fünf Elemente findest du dort weiterführende Artikel, weiterführende Podcasts auch, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest. In dieser heutigen Folge bleibe ich bewusst auf der höheren Ebene, denn wir reden ja über die 20%, die dich voranbringen. Punkt Nummer drei, essentielle Fette. Essentielle Fettsäuren sind nicht nur für ein gesundes Herz-Kreislauf-System unentbehrlich. Du benötigst diese Fette auch für viele lebenswichtige Stoffwechselvorgänge in deinem Körper. Darunter übrigens auch Muskelaufbau und Fettabbau. Ähnlich wie essentielle Aminosäuren kann dein Körper essenzielle Fette nicht selbst herstellen. Daher musst du sie über das, was du jeden Tag isst, zuführen. Wie sieht es aus? Stehen gesunde Fette, wie beispielsweise Lachs, regelmäßig auf deinem Speiseplan? Punkt Nummer vier, essentielle Mikronährstoffe. Mikronährstoffe. Vitamine und Mineralstoffe sind organische und anorganische Bestandteile, die dein Körper benötigt, um funktionieren zu können. Sie sind deswegen essentiell, weil dein Körper sie nicht oder nicht in ausreichender Menge selbst herstellen kann. Und deswegen musst du sie essen. Eine der besten Quellen für diese Mikronährstoffe sind Obst und Gemüse. Wie sieht es aus? Isst du jeden Tag genug Obst und Gemüse? Falls du da noch eine Baustelle hast, dann empfehle ich dir den Podcast Nummer 73 und da gebe ich dir Tipps, wie du ganz entspannt in deinen täglichen Speiseplan mehr Obst und Gemüse reinbekommst. Punkt Nummer fünf, Wasser. Dein Körper besteht größtenteils aus Wasser. Wasser ist dermaßen lebenswichtig, dass du ohne es innerhalb weniger Tage sterben würdest. Ja, und wenn wir über Training reden, dann spüren wir, wie bereits eine leichte Dehydration die Leistungsfähigkeit spürbar absinken lässt. Wenn du effektiv Fett verbrennen willst, wenn du abnehmen willst oder auch wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann brauchst du genügend Wasser. Und zwar jeden Tag. Ganz pauschal empfehle ich, wenn mich jemand fragt, trink vier bis fünf Liter Wasser am Tag. Alles andere kommt dann natürlich auf die Gegebenheiten an. Trainierst du viel? Schwitzt du viel? Ist es heiß draußen? Ist die Luft trocken? Und so weiter. Und das sind alles Themen, die wir in Folge 105 schon mal behandelt hatten. Wie sieht es aus? Trinkst du jeden Tag genug Wasser? Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Was bedeutet ausgewogene Ernährung, wenn du abnehmen oder wenn du Muskeln aufbauen möchtest? Die wichtigsten fünf Bauchsteine, die kennst du nun. Und die bilden das Fundament deiner Ernährungspyramide. Die 20%, die 80% deines Erfolges ausmachen. Und das sind die tägliche Energiezufuhr, also die Kalorien, die du isst. Zweitens, die essentiellen Aminosäuren, die lebenswichtigen Eiweißbauchsteine. Drittens, essentielle Fette. Viertens, essentielle Mikronährstoffe in Form von Obst und Gemüse idealerweise. Und last but not least, Wasser. Ja, natürlich können wir hier noch viel weiter ins Detail gehen. Und es gibt viel mehr Punkte, anhand derer du deine Ernährung optimieren kannst. Das sind dann die fehlenden 20%, für die du 80% Aufwand einplanen darfst. Wenn du allerdings in einer der fünf eben genannten Kategorien Defizite haben solltest, dann weißt du ab sofort, wo deine Prioritäten liegen sollten. Dann helfen dir weiterführende Artikel, ich erwähnte es schon, in den Shownotes unter marathonfitness.de schrägstrich Podcast oder auch auf meinem Blog oder in meinem Buch Looking Good Naked dabei deine Ernährungsgrundbedürfnisse zu decken. Und dann fühlst du, wie du wieder Fahrt aufnimmst und schneller Fortschritte machst. Lass uns in der nächsten Folge hier nochmal ansetzen und fortfahren. Und zwar mit dem Schwerpunkt Training. Was sind die 20% im Training, die dir 80% Erfolg bringen? Wenn du möchtest, dann kannst du deine Antworten, die Antworten auf die Fragen, die ich dir heute gestellt habe, also wie sieht es aus mit deinen Ernährungsgrundbedürfnissen, sind die gedeckt? Dann kannst du diese Antworten auch in den Shownotes posten, in den Kommentaren. Ich interessiere mich immer für dein Feedback und ich freue mich drauf, was du zu sagen hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg diese Woche und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. ist eine Empfehlung